Ich hatte ja viel Zeit nachzudenken und... Was heißt das? Das heißt, dass wir im Moment davon ausgehen, dass Lillys Herz vielleicht noch ein Jahr eigenständig arbeitet. Du wirst doch wieder gesund. Aber ich brauch ein bisschen Startkapital. Die würden Lillys Werte manipulieren. Wie viel? 30.000. Gib mir die gottverdammte Tasche mal! Gib mir die gottverdammte Tasche, du wirst... Hörst du weg! Warenträg und Erste-Hilfe-Kosten, bitte. Häuferlisten-Kollegen, Braucher-RTV. Ich hab zwei Tage Zeit, mir 100 Millits zu bringen. Das ist Business, Dicke. Ich steck dieser verdammten Fotze in den Knarre in den Mund und sag, gib mir die Scheiße zurück, du Hure. Ich hab fünf Jahre Valentin mit auf jeden Fall schon ein Investor, Lillys alleine mit nach偶enven Mitklar. Ich bin auf jeden Fall. Du hast mich auch einen neuen Bereich gemacht. Warte, Designersburg. Ja, rein mit dem Knarre jeden Tag! Hey, hey, hey. Oma N điều anhuman事. Du wirst die Jungs干re. What ist das dich? Höig, Pau Ah! Oh! Oh!